Hallihallöchen, seid gegrüßt. Und zwar fragen sich viele, wie man am besten mit dem Expander trainiert. Die Sache ist recht einfach. Zwei bis drei Sätze pro Übung, pro Tag. Am besten täglich. Nicht zu viele Übungen raussuchen. Ich denke mal, fünf Übungen reicht komplett aus. Man kann ja dann durchwechseln und die anderen fünf machen. Ein wichtiger Trick ist zum Beispiel, wie man die Übung ausführt. Am Anfang, ganz normal, macht man die Übung zügig. Schnelle Ausführung. So kennt das jeder. Aber man kann auch das Ganze langsam ausführen. Ganz wichtig ist die Negativphase. So, und jetzt kommt die negative Phase der Bewegung. Man hält die Spannung und lässt sie langsam wieder zurück. Das bringt richtig Musik in die Muskeln. Und dann wird es noch was. Eine andere Variante ist natürlich, man kann die Spannung auch halten. So, dann hält man die Spannung. Waren wir mal drei Sekunden oder so. Lässt es dann wieder zurück. Und nochmal aufs Neue. Zack. Hält die Spannung und lässt es wieder zurück. Auch eine Variante. Man kann das auch kombinieren miteinander. Man macht quasi zwei schnelle Wiederholungen. Dann hält man die Spannung. Dann macht man eine langsam Wiederholung. Dann macht man eine schnelle Wiederholung. Und so weiter und so fort. Dadurch wird es natürlich enorm intensiv. So kann man auch mit wenig Widerstand recht viel erreichen. Gut, das war's erstmal. Und bis zum nächsten Mal.